Ich hoffte, diese alten Tests könnten mir wieder ein wenig Freude bereiten. Doch selbst euer angestrengtes Versagen beglückt mich nicht. Wow. Ja, finde ich auch. So ist das jetzt halt. So ist das. Du musst uns rüber porteln. Ne, warte mal, bleib mal stehen. Ne, wir müssen es anders machen. Pass auf. Was? Warte mal, lass mal kurz überlegen. Es wird noch gespielt. Ah. Ähm. Ah. Das ist blöd, wenn du tot bist, dann wird deine Portale auch weg. Ja, ja. Ich hab Matsch in der Fresse. Wie kommen wir denn da rüben hin? Ah. Das geht doch nicht. Hier ist kein, ist da nicht, ist da nicht noch eine Fläche irgendwo irgendwie? Ja, pass mal auf, mach mal da so. Mach mal, ich mach mal hier ein Portal hin. Und du machst jetzt nebendran die Lichtbrücke da rüber. Mach mal, glaub mir mal. So, weil jetzt geh ich nämlich hier drauf. Und mach da oben eins hin. Wenn das geht, natürlich nicht, dann mach ich halt hier eins hin. Und jetzt kannst du zumindest mal gucken, was da abgeht. Ich würde nicht reingehen, aber... Ja, da... Oh, da kann man, da ist noch ein Portal-Ding. Warte mal, äh, ich muss, was muss ich für eins schießen? Egal. Äh, gelb. Achso, genau, jetzt kann ich nämlich hier durchgehen. So, und jetzt ist hier wieder Portalfläche. Und da oben. Aha. Und dann, verdammt, du bist zu klein. Das ist zu, zu niedrig, so. Oh, perfekt. Perfekt fit. So, und wie kommen wir jetzt darüber? Ist das immer noch zu niedrig? Warte mal. Ja, jetzt kommst du ja noch nicht mehr hoch, Meister. Glaubst du? Hä? Ah. Okay, alles klar. Sip. Siehst du, das war doch alles, äh, ganz einfach. Nicht so schwer. Ihr habt nur zweimal in diesem Test versagt. Ne zweimal. Nicht, dass das wichtig wäre. Also Glückwunsch zur Bewältigung der Aufgabe. Hey! Haben wir eigentlich schon gesagt, dass wir den, äh, Portal-Chat aushaben, weil der so scheiße ist? Ne, ich glaub, das haben wir noch nicht erwähnt. Ja. Mit diesem Sinne erwähnt. Der Portal-Chat ist scheiße, wir haben ihn aus. Ja. Wir, wir skypen einfach, so wie immer. Richtig. Wie lang nehmen wir eigentlich schon auf? Hast du da so'n ungefähre Vorstellung? Weiß ich nicht. Bestimmt schon in zwei Stunden. Was? Weiß ich? Keine Ahnung. Man kann Pflanzen nicht testen. Wir haben es versucht. Sie halten alles aus und zeigen weder Schmerz noch Furcht. Unwissenschaftlich. Oh, da kommt der Laser-Knödel in die Suppe. So, pass auf. Äh, dann mach ich den hier mal so. Wäh! Und dann mach ich mal so. Nein! Das war doch gut so! Naja, mach ich halt so. So, pass auf. Dann bleibst du da stehen und fängst den Knödel. Klopp. Ja, der Knödel kommt aber da. Achso, ja doch. Knödel. Knödel in die Suppe. Weißt du, das geht? Ja doch. Do it. Hier. Ein Klößchen für die Suppe. Ah, so und wohin? Wo muss er hin? Nach da hoch. Wahrscheinlich hoch. Ich geh erstmal weg. Genau, geh mal weg. Da muss er hin. Pass auf, der rollt. Ah! Laser-Knödel, bleib da. So, pass auf. Können wir da oben irgendwo, kann ich da ein Portal? Kannen wir da irgendeine Portale dran setzen? Da geht's, ja. Da und da auch. Dein Knödel rollt. Ah! Bleib da, ey. Knödel. Das Problem ist, ich muss wieder zu dir hoch irgendwie. Hallo. Aus genau dem Grund. Ah, nee, warte, ich muss, nee. Genau, pass auf. Warte, 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 warte. Ich kann natürlich auch einfach, warte, das hier tun. Ähm. Nee, warte. Doch, ich kann das hier tun. Aha! Oh Gott, das ist kompliziert. Jetzt ist nur der Knödel hier. Ja, warte, ich kann dich, nein, jetzt kann ich dich rüberholen. Sekunde, wenn ich hier drüben bin, kann ich dich hoch, äh, nachholen. Das ist ganz simpel. Ach so, gut. Wenn ich einfach hier so mach und, äh, nee, gar nicht wahr, warte mal. Du musst erst mal, komm mal hier rüber. Geh mal da rein. Hallo. So, und jetzt bleibst du da stehen und jetzt gehst du wieder zurück. Äh, das war natürlich genau falsch rum. Ah, hallo. Dein, dein Bot hat einen sehr interessanten Laufstil. Ja, der, der hüpft so lustig. Der, der, der tänzelt vor sich hin. Ja, und deiner, der macht so riesen, äh, Latsch, äh, Schritte. Ja, ist ja wie ein Echt. Genau, so laufen wir auch durch die Stadt, wenn wir mal rausgehen. Genau. Ist komplett authentisch, deswegen haben wir uns dafür entschlossen. Genau. Oh, hier ist was zum Sprinnen, einfach mal drauf. Gegen die Wand. Und hier? Kommst du wieder zurück. Stell dich in den Weg. Ich halte dich auf. Ha! Ich hab keinen Ton. Bist du wieder tot? Hier weiß ich nicht mehr. Jetzt geht's wieder. So, und jetzt geh mal da weg. Aber ich glaub, wir müssen, du musst in der Mitte stoppen, dass du da drauf fällst. Ja, indem ich, äh, ja, das ist aber schwierig, weil, dazu müsste ich so machen und dann ist das Teil in der Mitte weg. Nee, gib, gib, mach doch nochmal hin. Achso, jetzt kannst du's. Ja, ja, okay. Das ist zu weit drüben. Zur Seite, noch mehr. So, halt auf. Boah. Hab ich fast einen Idiot? Ich hab's falsch gemacht, oder? Ja. Das war grad richtig. Aua. Geht. Was hab ich jetzt getan? Du hast es zur Seite gemacht, Mann. Jetzt hast du's gedreht. So. Es muss noch weiter zur Seite. Ja, so. Warte, ich krieg's. Hab ich. Geht's jetzt? Ich könnte's natürlich auch dahin tun. So, jetzt aber. Ja, ja. Nein. Ah, scheiße. So. Do it. Richtig. Ah, oh Gott. Wenn ich jetzt da reinguck, das ist ultra verwirrend, weil man sich selbst aus sämtlichen Winkeln sieht, gleichzeitig. Wie kommen wir jetzt da hoch? Warte, ich komme gleich hinterher. Hoch kommen wir, indem wir das her tun. Stimmt. Ach ja. Boah, wir sind auf der Brücke. Wuhu. Menschen würden jetzt eine Belohnung für den Abschluss des Tests fordern. Easy. Nur zweimal gestorben. Die Pflanzen wollten keine Belohnung. Wissen Sie, die Pflanzen wollten keine Belohnung. Ja, ich glaub, die konnten auch keine Portale schießen, oder? Ja, weiß ich nicht. Also, sie hat ja vorhin schon erklärt, mit Pflanzen testen ist langweilig. Die halten nämlich alles aus. Die sterben nicht. Ja, ist ja öde. Das ist unwissenschaftlich. Ja, die Roboter gehen immerhin kaputt. Ja, immerhin. Ja, die werden ja allein schon demontiert, um zu den Testkammern zu kommen. Ja, genau aus dem Grund wahrscheinlich. Ja. Kannst du jetzt Pflanzen nicht machen. Damit die Menschen mit sich zufrieden sind. Er ist extrem leicht. Folgt einfach den Pfeilen. Der Wahnsinn. Do it. Du bist zu dumm. Es gibt keine Pfeile mehr. Viel Glück. So. Ach so. Jetzt muss ich da oben rauskommen. Äh. 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 Die sind halt beide genau falsch. Du musst gucken, dass du bei dem oberen so schießt, dass du halt die Unterkante irgendwie triffst, dass man durchlaufen kann. Ja, so. Und jetzt musst du bei den anderen. Genau. So, pass auf. Ich muss erst hoch. Ja, jetzt. Ich kann es nicht mehr löschen. Du musst eins gegen schießen. Und da. So. Do it. Ah. So geht er doch. Jetzt gehe ich hier raus. Und jetzt? Ja. Jetzt musst du mich hochholen irgendwie. Äh. Ach nee. Jetzt kannst du das von oben schießen. Jetzt mache ich das nämlich von hier. Ja, warte mal. Ja, warte. Jetzt muss ich. Muss ich erst mal hier. Das blöde ist halt, ich sehe von hier aus nichts. Äh. Do it. Ja, langsam. Do it. Ah. Du Kackbohr. Jetzt musst du es kaputt schießen, das untere. Ich morph mich einfach vorbei, weil ich es kann. Aha. Und jetzt? Sag es halt jetzt. Und so. Ja. Weeheehee. Oh Gott, was ein Brainfuck. Haha. Hat funktioniert. Ja, super. Hehehe. Die Testkammern sind auch mal kaputter irgendwie. Ja. Irgendwas wollte ich noch erzählen, ich hab's vergessen. Äh. Irgendwas, äh, passendes. Alter. Achso, warte, jetzt darf ich kein falsches Portal schießen. Oben ist, ach nee, ist es egal. Pass auf, komm mal hier runter. Oben ist das Helle, das heißt, ich mach mal hier so, dass du hin so. Okay. Ah, du Sau! Ich kann ja nicht damit rechnen, dass du sofort springst. Natürlich, ey, hier, Aiming und alles. So, jetzt musst du hier drüben einschießen und da, damit wir rüberkommen. Geh mal aus dem Weg. Wo muss eins hin? Da hinten. Da? Da. Ja, pass mal ab. Schön machst du das. Ah, elegant. So. Aber toll, jetzt ist hier auch so ein scheiß Weg. Ja, der bringt's ja voll. Und jetzt, wo müssen wir hin? Achso, pass auf, jetzt müssen wir wahrscheinlich da oben hin. Nee, halt, warte, 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 jetzt dürfen wir keinen Fehler machen. Ich weiß nicht, was das ist. Du musst, du musst deine Portale rüberschießen. Du musst dein rotes. Nee, du musst dein, du musst dein. Nee, scheiße, das geht ja gar nicht. Da unten ist ein Ding. Da müssen wir rein. Nee, warte, ich hab ne Idee. Achso, da ist eins. Okay, das war ja... Ah, hab ich ja noch gar nicht gesehen. Ich komm da nicht hoch. Ja, ist egal. Ist mir egal. Pass auf. Du musst jetzt da unten eins hinschießen und dann da drüben an die Wand eins. Schneller! Juhu! Das war knapp. Und wie komm ich jetzt hoch? Äh. Du kannst hier eins hinschießen. Also da. Und bei dir bitte noch. Nee, ist doch oben. Nee, geht nicht. Du musst auch da durchspringen. Das geht nicht. Das Teil ist von hier aus ewig weg. Doch, es geht. Spring. Nein! Doch! Willst du mich verarschen? Guck dir es an! Spring! Okay. Ähm. Äh. Äh. Äh? Oh, jetzt muss ich wieder komplett zurück. Scheiße. Warte mal. Lass mich mal kurz denken. Weil das Problem ist vor allen Dingen. Wie komm ich jetzt da rüber? Ich muss jetzt... Ah! Ich bin, ich bin doof. Zeig ich ja. Hier, spring da rein. Ins rote. Was? Rotes? Da. Was für ein Schli... Ja. Super! Jetzt hab ich hier hingeschossen, als du noch oben warst. Ja, warte, dann geh ich noch mal hoch. So. Dann geh ich jetzt hier noch mal runter. So, da komm ich aber nicht rein. Aber warte, ich kann ja hier ganz schlau... ...machen. So, mach's mal ein bisschen beiseite hier zur Seite bitte. So komm ich gar nicht rein. Daneben. Ah, ich seh dich. Geht doch. Geht doch. Ja. Ach ja. Und ein Testsubjekt bezeichnete ihn sogar als defekt. Natürlich hatten die Menschen stets nur eine einzige Chance, während ihr es immer wieder versuchen könnt. Und ein Testsubjekt.